Ich verstaue es nicht. So, in den 50 haben wir jetzt aber noch einige. Also da wollen wir jetzt in letzter Zeit echt sparsam. Ähm, hallo? Ich hatte zwar kein Problem damit, wenn es ein Stück leer ist, aber wenn wir jetzt kämpfen müssen, dann müssen wir eben wieder was nehmen. Oder vielleicht muss ich auch gleich gar nicht kämpfen. Hm, aber ich habe hier in der Gegend recht wenig grasiert, das weiß ich noch. Ah, guck mal, Teile aus Skyrim, den Turm, ach damals, das weiß ich noch. Ja, ja, das war Himmelsrand. Oh, da geht's ja rein. Ganz regulär sogar, cool. Juhu! Cool. Zu einfach. Ich weiß. Wir müssen auch skillen, dass wir uns die Dietrichen nämlich kaputt gehen, haben wir da so gesehen und endlich Versuche. Wir können da rumexperimentieren, wie wir Bock haben. Oh, das ist dunkel hier. Ah, jetzt wird's einer. Aha. Das kann ich nicht mitnehmen, also es ist egal. Aber Glupapier und den Besen, ganz wichtig. Ich bin gebraucht, Warenhändler, du. Hä? Was ist denn da jetzt gelandet? Nee, Mann. Hier ist nix, da ist nur eine Bank. Ich will noch kurz ganz hoch. Ich habe das Gefühl, dass da oben drauf noch was ist. Ja, nix. Ziemlich undicht das Ding hier. Gut, okay, hat sich erledigt. Gibt's einen eleganeren Weg wie da runter? Ach, wobei, hier ist ja eh einer. Nö, laufen wir mal hier lang. Vielleicht finden wir noch Überreste von einem Doverkin oder so. La, la, la. Den Schädel könnten wir auch mitnehmen. Können wir verkaufen, gut. Ich glaube, die Viecher waren hässlich. So, erledigt. Oh, Wiesenkraut wieder. Mutantenkraut, mein Kind. Das wäre mir lieber. Aber ist egal. Ich bin nur Donald Pieper. Die haben doch hier bestimmt irgendwas verteidigt. Das ist kein Mutantenkraut. Nee, das ist ein Heilkraut. Was brummelt denn da so? Ach, guckt mal einer an, wenn da gleich was rauskommt. Hui. Das geht los. Was das früher wohl mal war. Weiß ich nicht, aber ich hab mit dem noch eine Rechnung offen. So, nimm mal einen Schluck. Ich weiß nur, dass die Viecher halt übelst austeilen. Elixitbeutel, Kartenstück nochmal. Sehr schön. Sekunde, das machen wir elegant, Kind. Aber ich wollte mir mit denen zwei gerade nicht so anlegen. Da ist ein Bett nach, da haben wir nix, da haben wir auch nix. Da liegt so ein Haufen Scheiß rum und der nimmt nix mit. Ich kann schon verstehen, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt etwas fehlerisch wird. Ja, vor allem im Moloch geht er recht schnell. Hier, du. Was? Ja, das wäre jetzt so eine Geplade. Renn mal. Danke. Nimm was. Was? 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 So, jetzt. Ei, ei, ei. Da haben wir auch kurz ein paar, du. Kann ich jetzt hier in Ruhe looten? Hier ein paar looten. So, das haben wir, das haben wir. Boah, vor allem sind sie auf dem Gebäude. Die müssen alle jetzt durchlaufen. Ich tue es einfach. Okay, ist nur ein Radio, ich dachte gerade. Ach, da vorne. Schön, wenn ich es heute immer mal was, wenn man eine Story hier drin findet. Hier zum Beispiel. Eine Tasche, die nix taugt. Kleiner Elex-Trank. Weißt du, da sind immer noch Wasserflaschen drin. Da kann man alles mitnehmen, den Schrott. Da ist ein Rucksack, kannst ja auch nix mit anfangen. Ja, Duct Tape. Warum sind manche Sachen nur Texturen sehen? Das regt mich auf. Da, lauter Becher. Oh, hier war ich schon. Wobei, ich erinnere mich gerade zu düster. Das war aber noch außerhalb der Klerikerzeit. Deswegen lebt hier noch so viel. Kaputt. Ich weiß, das ist eigentlich die Ziele schon mal ganz leicht vernachlässigen. Minimal. Hust, Hust. Ist ein Rucksack was drin? Da ist auch nix. Kann das nicht wahr sein, die jute Gabel. Ist schön. Da bringt man auch herzlich wenig. Oh, Mana gefunden. Sehr gut. Schüssel, Schüssel, Schüssel. Da kommen wir nicht ran. Schlafsack, Schrottwetter. Ah, da unten. Zigaretten. Nein, hinter mir. Jupp. Ist okay. Sehr gut. Wunderbares Teamwork. So, mitnehmen. Oh, da finde ich so ein dicker Bobbel. Ja, was soll's. Weg muss er. Ich will jetzt erstmal noch ein Amulett oder irgendwas mit Energie-Rack. Was war denn das jetzt? Mensch, Günther. Ja, ich seh's. Hier geht ne Nahkampfkleber, die Dame. Finde ich nett. Dann trinke ich zum Beispiel noch einen Drang. Hier. Ich hoffe, als Wind nix kommt. Hehe. Ich weiß. Hui. Das war close. Äh, Kaya. Please. Dankeschön. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Hm. Genauso viel wie heute. Nix. Also der dezente Unterschied. Da hat sich nichts geändert. Aber schön, dass du so eine Öllampe einfach aufhängen. Hey. Deckenleuchte. Ah, wir haben schon einen Teleporter. War mir hier aber nicht schon. Ach so, hacken. Ja. Äh, fünf, vier, warte mal. Ach, größer. Äh, neun, kleiner, ne, größer. Ne, das kann doch nicht sein. Löschen. Sieben. Acht. Sechs. Nix Richtiges. Äh, äh, drei, vier, sechs, sieben. Gar nix. Mach's mir doch freie Schnauze einfach. Alter, das gibt's doch nicht, gar nix. Also, dann haben wir nur eins, sechs, neun, sieben. Geht doch. Ah, okay. Sehr schön. Ach ja, dann hat ein Zuschauer mir gesagt. Hey Puggi, achte einfach drauf. Da gibt's größer und so Zeichen. Ach so. Hab ich nie drauf geachtet bis jetzt. Danke für den Hinweis. Bäh, widerlich. Einen Späfelbrocken mitnehmen. Dass hier nix ist? Diese Gebäude habe ich schon öfter gesehen. Ich frage mich, wofür sie mal gut waren. Es wundert mich, dass nur ein Teil des Gebäudes Wände hatte. Was macht man mit einem Haus ohne Wände? Äh, wer hockt denn da? Okay. Hallo, mein Freund. Walter. Warte mal, was? Wo kann ich mir dieses Kindergesang her, Mann? War es denn vom Piranha aber jetzt langweilig, oder? Was geht hier ab? Wo soll ich das verstehen? Komisch, dass du nix mit uns reden willst. Schade. So, da waren wir noch mal einer irgendwo in der Nähe, ne? Da da unten, nämlich. Ja, hab's kapiert. Du musst X drücken, mein Fehler. Gibt auch sinnigere Sachen wie X, äh, wie, 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 wie X drücken. Wer ist mit? Es geht, äh, nee. Vergiss, ähm, Backspace-Taste. Gibt's sinnigeres. Und zwar in der Hinsicht, dass man dann einfach mal Escape drückt, dass man rauskommt. Aber ist gut. Hier sind keine Monster. Hät mir nicht auch noch eine Quelle, ne? Hier sind ja auch schöne Elex vorhanden. Ei, 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 ei. Looten wir das Zeug jetzt so. Meine Herren. Wo müssen wir noch Viecher und anderes Zeug? Hm, machen wir das? Ja, check. Sie können auch einfach mal ein bisschen klettern, ne? Sie müssen jetzt mal rumfliegen wie so Flugmännchen. So, jetzt ist es wieder noch mitnehmen. Bitte, please. Fleischgrille. Machst du das? Danke. Warte mal, war hier eigentlich nicht irgendwo im Gebiet, wo total verstrahlt war, wo man nicht hinkam? Das kam doch aus dem Haus da. Sag mal, das ist echt total bescheuert gerade. Ne, es war nicht hier. Aber ähnliches Design. Lass mich nur machen. Huch. Bandier. Woppsa. Hi, mein Freund. Ja, hab ich auch gar nicht gesehen. Woppsa. Wow. Steh mal auf. Shit. Das war unvorbereitet jetzt. Es geht los. Ja. Willst du, wie hier ist gar nicht? So, dann speichern wir mal kurz. Dann laden wir hier mal kurz auf. Wo ich da jetzt random reinrenne. So, dann laden wir da noch kurz geschwind. So. Dann ballern wir da gleich. Nein, scheiß drauf. Weil hier noch ein paar böse Waffen und das waren doch gerade ein paar viele. War noch ein bisschen ugly as fuck. Ach, Junge. Jetzt fuck doch nicht ab, du. Ja, ich warte. So. So, nur noch einer. Ja, genau. Der. Alter. Ui, 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 ui. Könntest du mal... Ja, genau. Lauf zu ihm hin. Das ist voll klug. Wenn er mit dem Raketenwerfer ballert. Ach, Kaya. Echt? Really? So, dann nimm doch mal einen hier. Holy shit-a-roni. Du hast Nervenkind. Falscher Tote. Da haben wir da einen Besen. Hallo. Nein, ich will nicht mit der Quatsche. Alter, nimm den fucking Besen jetzt. Danke. Ach, der hat noch ins Bahnwein frittiert. Cool. Interessant. Ja, das heißt, wir klettern. Da haben wir auch nichts. Elixitwetter. Oh, der E-Expert nimmt es aber mit. Danke. Werbebroschüre. Ah, ja. Kann man eine Bewerbung schreiben an die? Oder? Wie doch mal das Sustain. So, hallo. Ich möchte heute ein Bandit werden. Hier meine Bewerbungsmittellagen. Ich habe schon zwei Taschentipschäle begangen und drei Raubzüge. Reicht das? Äh, guck mal was für ein Materialraum. Da ist ein Blicks-Bettband. Why? Das ist so kleines Trockenfleischzeug, Mann. Foto. Ah, sehr schön. Nein, auch wenn die Kameraführung gerade geil war. Ja, ich habe auch gerade gesehen, dass der Becher unterschiedlich aussieht von dem, wo wir mitnehmen können und von dem, wo wir nicht mitnehmen können, aber trotzdem. Oh, ein lachen Hammer. Dann pusse ich die nächste Saison erst gar nicht, aber ich mache alles mitnehmbar. Was ist denn das Problem? Was ist denn mit Performance gekommen? Schnauze. Als ob das ein bisschen Loot noch so viel zieht. Das war wohl nichts. Okay, kapiert weh. Das war wohl nichts. Nein, das war so nicht gemeint. Ich glaube, das ist zu schnell jetzt. So, und noch. Das war wohl nichts. Echt jetzt? Oh Gott. Ihr seid ja Witzbolde. Jetzt aber. Zu einfach. Na, ging. Das ist doch schon weitaus schwerer ausgabt. Aber beides war jetzt auch gar nicht so. Junge! Lass die Kiste, Alter. Da hast du eh keine Inventarbegrenzung. Und du gehst nicht schlafen. Jetzt brauche ich dich, bis er aufsteht. Ah. Stacks, Alter, Mann. Schlafen kannst du später, wenn die Sache hier vorbei ist. Aber nie jetzt. Jetzt mit alten Autor hier knattern. Ist mir egal. VL. Energiespeicher. Eine Hütte. Energiezellen. Dixi-Clo. Ich muss nicht mehr kacken gehen. Das ist eine äußerst ausgezeichnete Frage. Muss ich sie einmal kacken? Theoretisch ja. Praktisch unmöglich. Er kann verdauern. Strang. Nicht als Kleriker, du. So, und oben will ich jetzt auch noch kurz hin. Ganz schön nähe sind hier. Kunden. Wie kommt es hier? Ich weiß nicht. Wir können auch freundlich sein. Wobei. Nebenan Banditen. Äh. Eher weniger. Pure Mana. Okay, da vorne ist auf jeden Fall der Eingang. Dann gehen wir da mal hoch. Klopf, klopf. Ich bin's. Oh, das waren vielleicht die schon. Das waren alle schön. Gerade zu einem Zeitpunkt auf einem Fleck. Wollten Mittag essen und wir haben sie gesteuert. Ist natürlich sehr gut möglich. Äh. Oh, und spinnt. Schnaps. Nnam, 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 nnam. Schau mal, das ist auf, du. Okay, da geht's runter. Da geht's noch rüber. Und hier ist nix. Das ist nix. Da macht man sich extra auf. Dann ist er nicht mal loot. Bin enttäuscht. Da ist ein Ransinn. Da kann ich nicht mitnehmen. Ach, Mann. Darum schien die überhaupt dann da rum. Wieder aufmachen. Wieder fallen lassen. Kleine Energiespeicher. Sehr schön. Was ist meine Wasserflasche noch? Guck mal, wie viele Wasserflaschen hier. Oh, Besen. Kann man spielen, der Kern, du. Hier ist nix. Warte mal, da auch nix. Sag einmal. Oh, aber ist das Elektro... Nee, das sind noch Klamotten. Das ist noch was für Elektroschart. Oh, da ist auch noch ein Spind. Dann gehen wir kurz mal runter. Eine unteren Rantage könnte natürlich auch gut was sein. So. Eigentlich geht's doch raus. Sekunde. Das ist ja nix. Gut. Ich krieg's dann schon mal aus, weil es da drin doch noch irgendwelche Viecher oder Gegner sind. Äh, kein Bock, dass wir dann die Waffen swippen müssen, sondern einfach nur kurz eins drücken und dann kann man gleich loslegen. Ach ja, komm, kein menschliches Auge brauchst du so lange, sonst bin ich daran zu gewöhnen. Schlimm. Eieiei, manchmal, du... Guck mal, nur eine Tomate und Pil... Ach Gott. Das finde ich... Das finde ich... Das ist aktuell ein Negativpunkt. Meinerseits. Die ganze Zeit. Das ist selber. Überall liegt im Grunde theoretisch Lut rum. Da kann einer... Nimmt noch nix mit. Gut, wir wären Richie Rich. Aber hey, hallo. Apokalypse. Kennst du? Da wird halt alles mitgenommen. Da sind die nagelfest. Das sind auch flimmernden Texturen. Und da unter der Treppe ist nix versteckt. Ah ja. Sprenggranate. Oh, ne Zigarette noch. Bürostuhl. Bürostuhl, Bürostuhl, Bürostuhl. Zigarettenstangen. Alter, das haben wir einen Haufen gefunden. Und hier schon 200. Jetzt haben sie das Klopapier... Äh, da haben die in die Pflanze reingepinkelt und geschissen. Ja, super. Und ein Spielzeugdino fortgeschmissen. Hallo? Geht's noch? Muss nur Funfaktor, wenn's nicht mal langweilig wird. So. Flaschenteller. Das wird alles nicht mitgenommen, so. Der Junge. Ja gut, die anderen freuen sich. Ah, ein Besen. Mhm. Ein Bild. An der Wand, was uns da so weiterhilft. Hm. Aha. Willst du mir einfach sagen, dass ich da nach hoch hinaus kann? Das ist der Open Eventual auf diesem Ding eine Gasflasche gibt, die mir nichts bringt. Ausgezeichnet. Ich hab die Vermutung, da oben könnte aber noch was drauf sein auf dem Dach. Ja, eine weitere Etage. Die ist bei vielen mit diesen Gebäuden ja so der Fall ist. Nur dass hier nichts drauf ist. Super. Echt jetzt? Nichts? Gar nichts? Das war gut. Also, meine Damen und Herren, wir setzen uns jetzt hier im Kappen mit dieser Aufnahmesession. Und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Elex. Danke fürs Weisen durch Magalan. Und gleich geht's weiter. Also für mich so eine Stunde und für Sie demnächst. Bis gleich. Sehr geehrter Mann, hier ist der erste ganz ruhig am Stücke bei Elex. Und die Fackel ist aus. Die Magnetium-Fackel. So. Darüber müssen wir mal, ne? Da hab ich ja was markiert. Hallo? Achso, falsche Tasche. Ups. Genau. Warte mal hin. Perfekt. Aber wir machen das über den Weg. Das ist ein mega fettes MG, seh ich gerade. Oh, und das Loot. Hallo? Hä? Doch, kein Loot. Was? Na, du musst nicht aufladen, ne? Da ist unendlich Treibstoff. So. Nö. Ich hör nix. Was sollte ich denn hören? Nichts. Diese Stille gebührt all den Toten, die der Meteor mit sich riss. Alter, kann ich das nicht bedienen? Fettes MG und ich. Hier, wir zwei. Real love. Ah, ist ja nicht toll. Drüben haben wir auch noch... Die hängt. Ähm. Drüben haben wir auch noch was. Haben wir das Ding überhaupt schon mal auseinandergenommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Wissen wir gleich. Scheint auf jeden Fall keinen zu interessieren. Und ich glaube, wir waren hier auch noch nicht. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Boah, vielleicht. Ich erledige das. Ach, ist kaputt? Okay. Dann gehen wir doch gerade mal kurz noch da runter. Wenn wir schon mal hier sind. Und da noch nicht waren. Und da nur Monsters sind. Ja, gut. Dann kann man mal mitnehmen. Vielleicht finden wir ja noch das eine oder andere in das Leiter. Problem ist, wenn wir hochfliegen, kommen wir nicht einfach mal so da ran, ne? Die packt wieder, die Alte. Ja. Nein, es geht nicht schneller, wenn ich Shift drücke. Und ich kann auf der Leiter auch nicht speichern. Wie unrealistisch. Ich mache immer Save-Points auf eine Leiter in Real Life. Verstehe ich gar nicht. Sie kommt immer noch nicht hin, naja. Die Vieche holen wir uns noch. Keine Sorge. Lass uns mal kurz gucken, was hier ist. Hier wird doch wohl irgendwas sein. Ich glaube doch nicht, wer von Arsch hier runter. Da oben? Ernsthaft? Oh, nix. Ernsthaft? Na gut. Uah! Jetzt komm schon. So. Kaya? Kaya! Da kommst du. So. Dann waren hier Monster. Dezent von oben erledigt. Ah, was haben wir da denn? Elektroschrott? Elektroschrott. Sehr schick. Besser wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Was? Nix da. Da ist auch nix. Will einmal was drin? Ja, ein guter Löffel. Sehr schön. Können wir da teuer verkaufen, du. Oh, ich wollte gerade schon ein Schild ausfahren. Nix war's. Zack, zack. Greift niemals eine Frau an. Sie rächt sich mit ihrem Mann. So waren sie einat. Mit irgendwem halt. Oh. Was ist denn hier? Ein Zepter. Ein Energiespeicher. Das war's. Ein Scheißhaus. Ah, super. Und ein Safe. Nee, nur eine Truhe. Okay. Guter Becher, Teller. Naja. Scheiße, räume. Dass man jedes Gebäude reinhält, ist immer noch traurig. Macht mich traurig. Das kann man nicht mitnehmen, wie der Mann steht. Aber so provokant rum. Nenn mal das Gefäß mit. Echt. Oh, kein... Ich hab mich verletzt. Da müssen wir mal eine MG. Und einen Panzer. Und einen Insekt. Dass hier keine Banditen oder sowas sind, das wundert mich gerade übelst. Okay. Wir hatten hier vor kurzem ein Zelt aufgeschlagen. Okay. Weil das stehen nicht nur so ein paar Jahrhunderten. Definitiv nicht. Da ist nix. Schläft nicht auf das? Also sieht schon ziemlich benutzt aus. Schlafsack, Heiltrank. Wow, super. Nimm ihn fest. Ich werde mal da oben noch kurz in die Trommer umschauen. Bevor wir jetzt den Typen holen. Müssen wir noch irgendwas geben? Guck mal, die zwei feinen Herren da. Ich bin hier gleich tot. Irgendwo ist noch einer. Hä? Nur wo? In der Richtung. Ah ja. Müssen wir nachher gleich mal gucken. Wo der sich rumtreibt. Ach da! Vorsicht! Nö, der ist doch kaputt. Für was denn? Der ist doch... Ach, Kaya. Nicht mal ausrasten. Die übermutert immer so extrem. Das ist das Schlimme, der. Der ist nix. Kann dann wieder raus. Immer so riesige Dinger und nix zum Abgrasen, du. Das ist traurig. Das macht mich traurig. Eikrähe. Oh, da drüben kann was drauf sein. Ja, Elektroschrott. Lauf mal da durch. Wobei, da drüben müssen wir uns auch noch umgucken. Das haben wir noch nicht getan. Da könnte noch etwas sein. Halt! Wiesenkraut! Komm mit! Ich habe mir gesporen, ich verkaufe euch nie wieder. Schwedenpflanzen. Gut, damals hat man uns ein Geldmangel. Wir brauchten die Rüstung. Ich fand auch, Jürgen, braucht ihr das Geld? Ich habe gewusst, da muss was sein. Okay. Danke. Da ist nix mehr. Gut. Hallo, kannst du auf die Leiter da hoch, oder? Ja, oder so. Geht natürlich auch. Da ist nix, da ist nix. Wir gehen gleich weiter. Ich will nur, wenn wir schon mal hier dran vorbeilaufen, gleich alles abgrasen. Rasch halt aus. Die sprengt den halt mal voll weg, ne? Hihi. Da drüben waren wir ja schon. Ja, jetzt gehen wir vorbei. Dahinter auch. Ne, waren wir eben nicht. Sehr schön. Aber mit Kaya zu kämpfen ist inzwischen echt gut geworden. Früher war das irgendwie so... Aber jetzt? Genau, hock dich hin. Oh, wenn das man beim Aufstehen auch machen würde, wenn sich jemand hinlegt. Traumhaft. Da braucht man ein Gefühl, die ewig. Hä, wegge? Siehst du was, was ich nicht sehe, oder? Wie das gestörte, singende Kind, Alter. Fick dich doch einfach, Spiel. Ich frage mich, ob da... Ah, da unten ist noch... ...auf jeden Fall was. Da bin ich mir sicher. Hier kann noch was sein. Ja, hier ist definitiv noch was. Sperr mitnehmen. Klo-Papier. Sperr, Sperr, Sperr. Aha. Wieder klettern am Start. Da komme ich so nicht ran. Schönes großes Gelände eigentlich. Aber viel zu wenig los war mein Geschmack. Das ist echt nix los hier. Oh, da hätten wir noch was. Ich möchte halt auch nichts verpassen. Kannst du, wir finden hier noch... ...weilen wir noch was. Ich möchte irgendwelche... ...das ist anderes Zeug. Oder wir finden vielleicht sogar eine Person, die uns so eine Quest gibt. Kann ja auch sein. Guck, da ist wieder... ...Ducktape, aber... Ne. Nehmt ihr mal wieder nicht mit. Oh, die Benzinkanister. Verzogenes Ball, geil da. Ne, hier ist außer Haufen Schrott echt nix. Outlaws würden sich hier wohlfühlen. Das wäre so die zweite Heimat von denen. Das ist jetzt der Brot und Besteck. Ja, wer es braucht. Ach, da hatten wir doch mal den Teddybären. Genau. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Als würde ich mir schon mal was. Auch ein Meer. Die Meere. Die hat man jetzt noch nicht auf dem Visier. Weiß. Jo, genau. Habe ich gerade irgendwie zum Frame Drop? Erstmal was trinken. Huch. Okay, hat sie gut gelöst. Hallo. So, holen wir den schon mal. Jetzt haben wir uns im Bergfolge, Mann. Kann man nicht damals noch verschwinden, das weiß ich. Das war mir eh ziemlich hard auf Ammo. Das heißt, auf Energiezellen. Ja, ja, jetzt da war. Ich mach's mal ganz langsam hier, mein Bubbel. Und dann ist alles gut, ne? Oh, danke, dass du da warst. Das hätte schief gehen können. Äh, ja, 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 gerne, gerne. Ach, die Magnesium-Fackel, ich hoffe, sie nicht ausgepackt habe. Ja, komm, schmeiß weg. Die Viecher müssen doch irgendwas beschützt haben. Abgesehen von dem Turm da. Halt, netkiller. Der ist sonst schon in der Todeszone. Oh, hab eh nichts mehr zum Schießen gerade. Ach, der ist tot. Okay, okay. bis zum nächsten Mal.